Und da sind wir auch wieder. Leider hatte Jay technische Probleme, da wie... Ja, ich hatte keine Probleme mit Fraps, darum sind wir jetzt ein bisschen weiter und dann hat Tanim ja auch ein kleines Problem, aber ist jetzt auch egal. Ja, passiert. Ich hoffe, ihr köpft uns deswegen nicht, nur weil wir Vegetarier sind. Und ich hätte gerade fast, glaube ich, ein Haustier bekommen, aber dann, ich idiot, habe es geschlagen. So, und wir gehen irgendwie immer weiter zurück. Ich gehe jetzt direkt auf die T-Do-O-D-A-R-A-S-T. Stimmt, wir sind da extrem weit zurückgefallen. Das hört mir auch gerade auf. Das ist echt schlimm, wir werden da echt nicht mehr ankommen heute. Ich werde jetzt sagen, komm, sag ich dir, ich werde jetzt einfach allen ausweichen. Wie viele Punkte hast du schon wieder? Fünf. Okay. Das mit dem Leveln geht aber auch eigentlich schnell, ne? Ja, weil wir ja intensiver wirklich kämpfen würden. Ich würde sagen, dass wir jetzt intensiv kämpfen, wenn wir einen Mob sehen. Ah, ich hoffe, dass das war so. Oh, scheiße. Jay! Ich komme gerade zu, die Hintertippe nicht. Beall dich. Was sind das für Viecher? Das sind diese komischen... Aufkneifer. Alter, das sind Laserstrahlen oder so. What the fuck? Alter, Anime! Das ist im roten... What the fuck? What the fuck? Das ist der Appa! Ich, das ist im Besatz. Scheiße! Scheiße! Was? Nein! Ich war nicht sofrieden. Oh mein Gott! Ich kämpfe gerade gegen die Wizards, die drei, okay? Oh, die Garnier wurden all verborgen! Jetzt bin ich tot, wegen dir! Wo bist du? Boah! Das ist jetzt voll weit laufen, weil ich dich retten wollte. Okay, die lassen jetzt nach. Ja, toll. Ich bin tot. Also ich glaube, das mit den Mops-Katschen klappt heute nicht, oder? Klappt heute nicht, ne? Na, Wind 2 ist heute Limit. So, dann nehmen wir uns bei diesen... Was ist denn das? Aua! Goblin! Der stößt bei mir! Nein, Mann! Nein, Mann! Was war das? Oh, was habe ich bekommen? Ich habe, glaube ich, einen Bogen bekommen. Ja, ich habe einen Bogen bekommen. Bogen hast du bekommen? Bogen! Ja, ich habe auch schon eine Rüstung bekommen, einen Bogen, ein Witch-Schwert. Ein Island-Woods habe ich bekommen. Yay! Und ein neues Schwert. Damage 4 von 4. Aber meins... Wie geil! Ähm, das stinkt hier. Hm... Wo bin ich denn gerade? Ja, okay. Das heißt, ich glaube, ich nehme das jetzt einfach. Dieses Schwert ist zwar schwächer bei mir, aber ich kann damit schneller umgehen. So. Und schneller ist viel geiler, Leute. Dann kann ich mehr austeilen, wiederum. Obwohl... Ne, es bringt gar nichts gegen den Mob hier. Der schaut mich einfach nur dumm an. Oh, ich mag jetzt immer wieder, dass du aufnimmst. Äh, dass ich aufnehme. Was nicht auf Aufnahmen drückt. Das habe ich. Komm! Oh, scheiße, Mann! Und schon wieder bin ich... Oh, ich bin gleich da. Hey, bleib stehen, du! Okay, ich werde jetzt noch zwei angestriffen lassen. Das ist so cool. Ja, wir müssen zusammenlaufen. Ja, dann... Ach, warte mal, warum kill ich das Teil nicht? Ach, du Scheiße. Das sind Lizards. Zwei Stück. Ich hebe mich gerade auf und dann bekämpfe ich sie. Ich glaube, sie haben mich gesichtet. Ja, und ich werde hier von so ein... Boah! Gleich... Die haben... Die hat gleich noch eine stärkere. Oh, die hat mich so fertig gemacht. Ich brauche auch diese Waffe. Die ist OP, die Waffe. Ach, du Scheiße. Die brauchen... Ah, ich werde immer noch verfolgt. Das ist hier gerade voll schlimm. Uff, wenn man dich braucht, bist du nie da. Du bist 20.000 Kilometer von mir entfernt. Ja, du wolltest ja nicht auf mich warten, ne? Du kannst mir helfen, ne? Ich glaube, ich habe wegen dir gestorben. Du hast eine Biene. Oh, eine Biene. Ich will eine Biene, ich bestaubt werden. Nein, ich will heute nicht bestaubt werden. Bestaubt werden, oder? Äh, Punkt, 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 Punkt. Biene, 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 Biene. Boom, in your face, bitch. So was sagt man nicht. In your face, slut. Wißt du das? Ja. Ohne Scheiß, ich renne immer wieder zurück, weil ich dann immer Mops sehe, die ich hauen will. Die zieht mir nur 0,5 oder so. Geil. Oh mein Gott, ey. Die sind ja übel stark, diese Schitzkäfer. Mann, das ist ja... Ich werde niemals hin. Ich habe einen Cocktail. Ich habe einen Petfood. Strawberry Cocktail. Dann habe ich... Strawberry. HD. Nee. Oh, erinnere mich nicht an die... Oh. Schlechste Seiten. Bäh. Igel. Voll die Hesse. So, irgendwann mal werde ich... Ah, ich habe nur noch einen... Oh, ich bin gleich da. Ohne Scheiß, ich wünsche dich... Ja, man könnte in der Konsole sich tippen. Ey, vielleicht geht das ja, dann mache ich das. Wenn du das machst, dann... Definitiv verkackt. Du bist Sahne. Du bist Sahne, das merkt man, weil du ganz viele Pumpkins plötzlich genommen hast. Ja. Ähm, gibst du mir die dann, dann kann ich das selbst für diese Muffins machen. Obwohl, nee, du kannst das jetzt, glaube ich, auch, weil du ein Level ab geworden bist. Ich nicht weiß, werden wir ja dann sehen. Probier's an einem Lagerfeuer. Ich habe einen Graben wieder gefunden. Solange, ähm... Ich warte jetzt erstmal, solange ich hier auf Jay, solange habe ich jetzt diese Dinger hier auf. Du kannst nicht unendlich machen, wenn es nur 50. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Dann suche ich mir jetzt ein Lagerfeuer. Ähm, du meinst jetzt... Mit Nöwen kann man Tiere zähmen, aber nur Hasen, glaube ich, oder so. Ich glaube, es kommt drauf an, was für ein Tier das ist, oder? So, ich bin da. Und ich suche jetzt ein Plätzchen, wo ich schlafen kann. So, da. Nur wenn wir beide schlafen, dann geht die Zeit schneller vorbei. Nee, ich will mich einfach nur healen. Ähm... Während du dich hielt, sammle ich wieder Punkte. Während du, während ich mich hielt, könntest du jetzt langsam zu Terodara City kommen. Sofort. Da ist Jay. Da sind wir. Da ist Jay. Da sind wir. Irgendwie sieht Jay aus wie so ein halber Kaktuskopf, ich weiß nicht. Halt die Klappe. Kaktuskopf, die nennt sie mich. Wo bist du denn? Ich kenne, glaube ich, gerade falsch, ne? Äh, nee. Einfach geradeaus, genau. Jetzt. Ich bin gerade aber... Ich bin gerade die ganze Zeit gegen den Stein gelaufen. Obwohl du bist gar nicht so stark. Ähm, wir sind jetzt wach und... Äh, ja. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen. Ähm... Nein, 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 nein. Es gibt hier mehrere Städte, oder? Ey, soll ich's sagen? Ich wachse jetzt einfach. Komm her. Bäm, 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 bäm. Du hättest mir ruhig antworten können. Warte, ich hab noch ein Life. Ich hab nur ein Life. Ich bin tot. Wo bin ich jetzt plötzlich? Ich komm näher. Ich scherb jetzt mal öfter. Okay. Some rocks can be destroyed with bombs. You can push us them. Okay. 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 Wir sind richtig schwach, ne? Also die jedenfalls. Obwohl... Ja, die ist schwach, aber die macht schnell Hits. Nee. Welches Level bist du... Äh, welche XP hast du schon? Muffin! Ich hab doch ein Pumpkin. Warum kann ich das nicht machen? Keine Ahnung. Vielleicht kann ich das nur machen. Nee, ich kann ja... Wahrscheinlich, äh... Pum... Pum... Bäh. Bäh. An einem Lagerfeuer sein. Warte mal. Die wollen mit mir reden. Have you already explored Cedara Castle? Look if you marked the location in your map. Ich bin da! Have you already explored Codong Mountains? Ja, wie wär's mal denn? Willkommen, ey, ohne Scheiß. I've marked the location in your map. In my map. Du hast... Er hat sie markiert in der Map. Yo, da ist einmal diesen Mountain Codong Castle und da ist Talgal. Talgal, Talgal, Carsten. Und wir warten jetzt erst mal auf Jay, weil sonst krieg ich Popoklatt. Ich sag doch gerade, ich bin da. Ja, dann komm mal hierher. Dann kannst du gleich ein bisschen auch annehmen. Warte ganz kurz zuerst, bevor ich ein bisschen einnehmen möchte, äh, annehmen, möchte ich zu einem Shop gehen. Wo bist du denn genau? Ach, da. Ja. Ja, City. Also anfangs City, jetzt bin ich in der City. Wo sind die Hamburg City? So. Alter, ich kann keine Rosen mehr einsammeln, ne? Ich hab, ähm, voll. Was ist denn das für Viecher? Was ist denn das für Viecher? Ich glaub, es ist ein scharfer. Are you looking for a ride by your Hörblätter? Halt die Presche. Er ist ein scharfer. So. Was ist denn das hier? So, Leute. Ich schau jetzt erst mal nach dem Shop, so einem schönen. Ich brauch nämlich... Erst mal einen... Keine Ahnung warum. Hier kann ich irgendwas garnen oder so, Leute. Äh, 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 warum sag ich mal Leute? Leute. Leute. Ich lauf jetzt zu dir. Ach, da ist der gute Trey. Ah! So, bevor... Da ist ein Schmied. Da kann ich erst mal diese Teile machen. Ich weiß schon, wie diese Teile... Äh, welche Teile jetzt? Ähm, Iron Cubes und so. Oh, dafür bräuchte... Ich dachte, dafür bräuchte... Was für Iron Cubes? Äh, 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 äh. Warte. Ich brauche... ...ein Ofen. Ist das ein Ofen? Das ist ein Ofen. Hui! Für was denn? Hui! Hui! Iron Cubes. Was ist das? Im Hintergrund? Hui! So, jetzt brauche ich eine Säge. Wo ist hier eine Säge? Weißt du das? Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. So, ja, 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 ihr leckt mich. Können wir jetzt die Mission anfangen? Ich würde sagen, äh, 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 enden die Aufnahmen erstmal, oder? Ach, Leute, okay, dann sehen wir uns in deinem nächsten Aufnahme. Und jetzt verabschieden wir uns mit einem... Töp, töp! Hui! 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 Okay, tschau! Tschüsschen!